jo moin pyrus heute zünden wir hier die rauchbälle von agento bzw funke machen wir die ganze tüte schön location mal gucken wie das so wird hier ist ein bisschen windig aber sollte passen so wir fangen an da rollt schon einer runter aber egal macht zuerst den halt weißen grün das ist wirklich sehr schön grün gefällt mir und dann kommt es lila bzw violett wenn man es auch immer nennen will der ist auch nice und zum schluss noch gelb so neongelb also die farben müssen schon zu gefallen so dann kommen jetzt die nächsten beiden machen wir erstmal mit orange hier auch schön und pink das war auch eher lila ne aber die man auch am besten ist ja so dann kommen die letzten beiden blau und rot rot ist auch schön und zum schluss noch den blauen sehr schön blau war auch echt top und dann sagen wir endlich das Video so 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 so